Hallo und herzlich willkommen zu Close Up, dem Videoformat des Bröhan Museums, in dem wir unterschiedliche Objekte aus den aktuellen Ausstellungen genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Julia Meyer-Bremen und ich bin eine der Kuratorinnen der Ausstellung Heyrup, die tschechische Avantgarde. Wir zeigen in der Ausstellung unterschiedliche Stahlrohrmöbel, unter anderem diesen Stahlrohrstuhl hier, das Modell H79 von Yinjig Halabala, das er um 1930 entworfen hat. Ab Mitte der 1920er Jahre entwickelten Architektinnen und Architekten neue Wohnformen, bei denen moderne Materialien zum Einsatz kamen, zum Beispiel Beton oder Stahl. Kaum ein Material hat das neue Wohnen so revolutioniert wie das Stahlrohr und es hat bis heute nicht an Popularität verloren. Möbel aus gebogenem Stahl haben natürlich zahlreiche Vorteile. Sie sind leicht, einfach zu reinigen und funktional. Tatsächlich wurden Stahlrohrmöbel schon seit der Jahrhundertwende, also seit ungefähr 1900, in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen benutzt, zum Beispiel in Gefängnissen oder Krankenhäusern. Die Designs richteten sich allerdings eher nach schon bestehenden Möbeln und daher ist es kein Wunder, dass der Anklang erst mal ausblieb und die Begeisterung erst aufkam, als sich auch neue Formen und Designs entwickelten. Tatsächlich haben die Gebrüder Tonet schon 1857 ihre erste Möbelfabrik im heutigen Tschechien gegründet und es folgten bald viele weitere. Aber in der Zwischenkriegszeit gab es vor allem in der Tschechoslowakei sehr viele große Hersteller von Stahlrohrmöbeln, zum Beispiel Hünek-Gottwald, Mücke Melder oder Robert Slezak. Die Blütezeit der Stahlrohrmöbel waren wirklich die 1930er Jahre und das sieht man an der großen Vielfalt der Möbel für den Haushalt, für Geschäfte und für öffentliche Einrichtungen. Ja und durch diese große Beliebtheit war auch bald die Massenfertigung und die industrielle Produktion möglich. Die Vereinigten Kunstgewerblichen Werke oder UP-Werke in Brünn waren auch verantwortlich für die Ausführung dieses Stuhls. Sie wurden 1918 gegründet und stiegen bald ebenfalls in die Massenproduktion ein. Jinjig Hallaballa, der Entwerfer dieses Stuhls, trat 1930 in die Leitung der Firma ein und war später Direktor und Chefarchitekt. Nachdem die Stahlrohrmöbel anfangs farblich lackiert oder vernickelt wurden, führte bald eine Verchromung zu dieser typischen Maschinenästhetik, wie wir sie heute kennen und die für die Stahlrohrmöbel charakteristisch ist. Die anfängliche Sorge, dass Stahlrohrmöbel zu kühl sein könnten für eine warme Wohnästhetik, wurde schnell zerschlagen und unter anderem auch dadurch, dass man eine Leichtigkeit und Luftigkeit durch eine Bespannung herstellte. Eine Bespannung zum Beispiel mit unterschiedlichen Geflechten, mit Textilien oder mit Eisengarn. Und etwas später in den 1930er Jahren entstanden auch sehr wuchtige, gepolsterte Möbel oder solche, die Holzarmlehnen oder Holzsitzflächen hatten. In Deutschland führte spätestens die Stuttgarter Werkbundausstellung 1927 zu einer großen Öffentlichkeitswirkung von Stahlrohrmöbeln. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mussten viele Firmen der Tschechoslowakei ihre Produktion einstellen, denn Rohstoffe wie Stahl wurden fortan hauptsächlich für die Waffenproduktion benutzt. Nach dem Krieg wurden die Hersteller enteignet und alle Betriebe zu einem großen gemeinschaftlichen Staatsbetrieb zusammengeschlossen. So auch die OP-Werke 1946. Das Bröhan-Museum hat vor einigen Jahren ein großes Konvolut an Stahlrohrmöbeln erworben und wir sind sehr froh, dass wir in der aktuellen Ausstellung Hey Rupp, die tschechische Avantgarde, viele dieser Möbel zeigen können. Wer auch sonst nichts verpassen möchte, abonniert am besten unsere Social Media Kanäle, zum Beispiel hier auf YouTube, auf Instagram oder auf Facebook oder unseren Newsletter. Alle anderen Folgen von Close-Up gibt es ebenfalls hier auf YouTube. Viel Spaß beim Ansehen!